... bis zum nächsten neuralgischen Punkt, nämlich dem sogenannten Schöller, ist diese Rechts-Links-Kombination aus 92 Grad Winkel, die vor allen Dingen am Ausgang besonders sorgfältig genommen werden will. Und zwar ganz einfach deshalb, weil du dort zählweins nach außen rausrutschst, auf diese Wienflacht in Richtung der historischen Mauer an der Stelle. Das ist ein Koma von bisschen, das ist ein Koma. Das ist ein Koma von bisschen, das ist ein Koma. Das ist ein Koma von bisschen, das ist ein Koma von bisschen, das ist ein Koma. Das ist ein Koma von bisschen, isn't das ist ein Koma von bisschen, das ist ein Koma. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.